Hallo, herzlich willkommen zum heutigen Video. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und da du das Video hier gefunden hast und angeklickt hast, gehe ich mal davon aus, dass du aktuell entweder eine Photovoltaikanlage, eine Windkraftanlage oder eine Biogasanlage planst und du dir die Frage gestellt hast, ab wann brauche ich eigentlich für meine Anlage ein Anlagenzertifikat. Und vor allen Dingen für die 4110, also wir reden hier von der VDE-Netzanschlussregel, VDE ARN 4110 und ab wann brauche ich laut der Definition in der Norm dann eben ein Anlagenzertifikat. Und die Frage, die kriege ich häufiger gestellt von meinen Kunden, deswegen würde ich die hiermit gern einmal für alle beantworten und auch für dich beantworten, ab wann du denn jetzt ein Anlagenzertifikat benötigst. Dazu gehen wir einmal in die Präsentation und es gibt zwei Typen von Anlagenzertifikaten. Das ist einmal das Anlagenzertifikat Typ A, das ist das aufwendige Verfahren. Das muss ich anwenden bei Anlagen größer 950 kW Netzeinspeiseleistung. Und es gibt das Anlagenzertifikat Typ B, das wird angewendet bei Einspeiseanlagen ab einer Größe von 135 kW. Das heißt, das Anlagenzertifikat Typ B wird benötigt bei einer Einspeiseleistung, bei einer Netzanschlussleistung zwischen 135 kW und 950 kW. Alles, was über 950 kW ist, brauche ich dann ein Anlagenzertifikat Typ A. Wenn du jetzt beispielsweise eine Anlage planst, eine PV-Anlage mit, sage ich mal, 100 kW und da ist noch ein Batteriespeicher beispielsweise mit 60 kW, dann hätte man ja theoretisch eine Systemleistung von 160 kW. Netzeinspeisung, für diese Anlage brauchst du kein Anlagenzertifikat und keinen Kupplungsschutz nach VDEA Anwendungsregel 4110, da eben die Gesamtleistung von 135 kW für den Speicher oder für PV für sich betrachtet eben nicht überschritten wird. Erst wenn eine der beiden Anlagen 135 kW überschreitet, dann brauchst du eben auch ein Anlagenzertifikat nach die Variante B in dem Fall. Genau, und solltest du in dem Fall mehr erfahren wollen und mehr wissen wollen, was im Detail du für das Anlagenzertifikat benötigst, dann kannst du mich gerne kontaktieren. Ich schicke dir oder ich verlinke meine Kontaktdaten unter dem Video in der Videobeschreibung und dann kannst du gerne deine Fragen konkret stellen, gerne auch in den Kommentaren, dann beantworte ich die Fragen gerne auch öffentlich. Und solltest du ein Projekt haben, ein spannendes Projekt haben, wo du konkret Hilfe benötigst bei der Netzanschlussplanung, dann kontaktiere mich sehr gerne, dann schauen wir gemeinsam, wie wir euch oder dich dabei unterstützen können, deine Anlage ans Netz anzuschließen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Like da, kommentiere gerne und dann freue ich mich aufs nächste Video. Dankeschön, bis bald, dein Daniel.